Hallo, ich bin Christine Hommelsheim und ich bin Ausbilderin für die Greater Coaches. Vielleicht interessiert dich diese Frage, ob man als Coach überhaupt reich werden kann. Falls ja, bleib jetzt dran. Kann man mit Coaching reich werden? Das ist eine Frage, die wir ganz, ganz oft hören. Und die Antwort ist mit Sicherheit darauf ja und nein. Denn die Frage ist zunächst mal, was ist überhaupt Reichtum für dich? Bedeutet Reichtum für dich, einfach nur den Ferrari vor der Tür zu haben, ein richtig großes Haus mit Swimmingpool oder hat Reichtum noch mehr für dich dabei? Also im Sinne von, fühlst du dich innerlich reich? Hast du das Gefühl, du bist wirklich mit deiner Berufung unterwegs? Du fühlst den Sinn in dem, was du tust? Denn auch das kann Reichtum bedeuten. Und wir stellen immer wieder fest, in dem Moment, wo du dich innerlich immer reicher und erfüllter fühlst, ziehst du auch im Außen immer mehr Wohlstand an. Die Frage ist, wie hängt das zusammen? Und dazu möchte ich ein bisschen ausholen. In dem Moment, wo du am Tag wirklich Gefühle hast, wie Glück und Freude und Leichtigkeit, Begeisterung für das, was du tust, Sinnhaftigkeit und Dankbarkeit, hast du eine ganz andere Energiewolke, als wenn du in den Job gehst und das Gefühl hast, das, was ich hier mache, macht überhaupt keinen Sinn. Es macht mir auch null Spaß und ich hoffe montags immer, dass endlich freitags ist. In dem Moment ist deine Energiewolke eher gedrückt und du ziehst nicht das an, was du wirklich möchtest. Das heißt, wenn du Reichtum erleben möchtest, darfst du entsprechend eine Ausstrahlung haben. Und diese Ausstrahlung kannst du zum Beispiel durch das Coachsein viel leichter bekommen, als wenn du irgendetwas tust, was dir keinen Spaß macht. Das heißt, das Allerwichtigste ist, in dem, was du tust, dass es dir Freude bereitet. In dem Moment, wo es dir Freude bereitet und es von Herzen kommt, ziehst du schon mal viel mehr Wohlstand in dein Leben. Und bei uns war es tatsächlich so, dass wir in den ersten Jahren unseres Coach-Daseins wirklich das Thema hatten, okay, wie kriegen wir jetzt die Klienten zu uns? Wie schaffen wir das jetzt auch bekannt zu werden? Und da durften wir selber bei uns immer wieder Erfolgsverhinderer und Bremsen überprüfen, weil dieser Weg zum Erfolgreichsein, dieser Weg zum Reichtum hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns selber fühlen am Tag und was wir selbst für Gedanken und Glaubenssätze in uns haben. Das heißt, wenn du glaubst, dass man mit Coaching nicht reich werden kann, dann kann es sein, dass es genau so sein wird. Das heißt, dass du das auch in dein Leben ziehst. Und so war es bei uns auch. Wir haben am Anfang auch gedacht, ja, wie sollen wir denn mit Coaching reich werden? Und wir hatten sogar das Gefühl, dass man das vielleicht gar nicht darf. Und das kennst du vielleicht auch, dass du dir denkst, Mensch, ich helfe doch jetzt anderen Menschen. Darf ich damit überhaupt Geld verdienen? Aber tatsächlich ist es so, dass du sehr, sehr hilfreich bist für den anderen und wirklich etwas gibst. Und dieses Geben darf entlohnt werden. Das ist wie so ein Energiesystem, das immer auch mitschwingt. Und wenn du dir selber gar nicht bewusst darüber bist, was du alles für den anderen dabei hast und was du ihm gibst, wie soll er es dann sehen? Also auch hier merkst du wieder, es hat ganz viel mit deinem eigenen Wertesystem zu tun. Mit dem, was du ausstrahlst. Mit dem, was du für dich in dir fühlst. Und je mehr du dich wertvoll fühlst und das Gefühl hast, ich gebe auch etwas Wertvolles und ich darf dafür auch etwas bekommen, umso mehr kann das auch zu dir fließen. Wenn du also als Coach wirklich Wohlstand erlebst, dann deshalb, weil dein Beliefsystem und dein Wertesystem dem Ganzen entspricht. Wenn du als Coach Mangel empfindest und Klienten nicht zu dir finden und nicht kommen, dann hat auch das ganz viel mit dem zu tun, was du denkst und was du fühlst. Also geht es darum, dass du auch als Coach nochmal überprüfst, was denke ich denn überhaupt über das Coachsein? Habe ich da sowieso schon das Gefühl, dafür kann es kein Geld geben, damit kann ich nicht reich werden, damit darf ich vielleicht auch nicht reich werden? Und was denkst du überhaupt über die Reichen? Auch das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Was denkst du über Reichtum? Was denkst du über Fülle? Wenn du da ablehnende Gedanken zu hast, zum Beispiel Geld stinkt, die Reichen sind alle korrupt und wir gehören nicht zu den Reichen und du hast es vielleicht auch immer in deiner Familie gehört, dass du nicht zu den Reichen gehörst und dass das andere sind und das sind die Bonsen und wir sind die, die mit echtem Tun unser Geld verdienen und Geld verdienen ist hart. Wenn das alles in deinem Beliefsystem ist, wenn das deine Glaubenssätze und Gedanken zum Thema Reichtum sind, dann bildet sich das in deinem Leben ab und nicht nur als Coach, sondern generell. Wenn du das aber veränderst, also deine Gedanken überprüfst und auch mal wahrnimmst, wie sich das in dir anfühlt, wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst wirklich reich und du würdest mit einem Job, der dir Spaß macht, ganz viel Geld verdienen. Wie fühlt sich das an? Hast du da das Gefühl, ja Mensch, super, das will ich und das steht mir auch zu? Oder merkst du in dir so, nee, also das passt vielleicht nicht für mich und das geht vielleicht bei anderen, aber bei mir nicht. Ja, dann wird es auch so sein. Und so war es bei uns, dass wir Step für Step immer mehr in so ein Gefühl von Fülle gekommen sind, schon allein in uns. Das heißt, wir haben uns reingebeamt in dieses Gefühl von, wir sind erfolgreiche Coaches, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und die das auch wirklich lieben, was sie tun. Und je mehr wir da angekommen sind in dieser Vision von Coach sein, umso mehr haben wir die Fülle auch in unser Leben geholt. Das heißt, du kannst als Coach definitiv reich sein und du darfst es auch. Die Frage ist nur, ob du es dir selbst erlaubst. Und wenn du jetzt für dich so ein paar Impulse mitgenommen hast und vielleicht auch nochmal so überprüfst, okay, was bedeutet überhaupt dieses Thema Reichtum für mich? Was bedeutet es für mich persönlich, mich innerlich reich zu fühlen? Und du das Gefühl hast, da ist was drin, ich möchte mehr davon wissen, dann freue ich mich, wenn du jetzt hier den Link in der Infobox klickst und noch mehr darüber erfährst, wie du erfolgreicher Coach wirst. Ich freue mich auf dich.